Das letzte Mal bei Spookys House of Jumpscares Und so geht's weiter Warum waren wir in der letzten Folge am Ende nicht mehr bei Raum Nummer 500, sondern wieder bei Raum Nummer 50? Was ist da passiert? Wenn ich jetzt falsch abbiege, muss ich dann alles nochmal machen oder was? Was, was, was wollte mir das Spiel damit sagen? Ich gehe jetzt einfach mal weiter und wir sind sehr gespannt, was so abgehen wird, hä? Wir sind sehr gespannt, vor allem die ganzen Leute, die... Guck mal, da geht's nicht weiter Die ganzen Leute, die schreiben, hä, keine Sorge, das wird noch krasser 52? Nie im Leben! Das ist ein Bug, oder? Komm, jetzt nicht mit alles von vorne machen, nein Warte mal, warte mal, warte mal Vielleicht, vielleicht, vielleicht will das Spiel mich nur verwirren, oder? Das verwirrt mich doch nur Wir werden sicherlich gleich bei 500... 600 landen Ich musste ganz kurz überlegen, was nach der 500 kommt So verwirrt bin ich schon Oh nein Oh nein, 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 nein Das ist dieses singende GLP-Ding Ah Übrigens, GLP hat anscheinend doch eine Schwester Aber ich wusste nichts von Anscheinend schon zwei Schwestern Wow Dafür sehen Debitor und Sepp aber ziemlich männlich aus Maybe I should look around Was? Around first Okay, warte mal Error Cannot release twice Exit to express Hä? Bitte was? Oh Express Tunnel Ah, guck mal hier, so ein Express Tunnel Ach, sieh das mal an Das heißt, wir werden jetzt bei 512 landen Easy peasy Deil Okay, der sieht normal aus Ich dachte schon, wir müssen alles normal machen Ich dachte schon, wir müssen alles normal machen Was aber ziemlich lächerlich wäre Ups, ich hab ein Spiel programmiert Bei dem du eigentlich bis Raum 1000 kommen musst Aber bei Raum 500 startet es immer wieder neu Viel Spaß Aber jetzt läuft es ja Zur Sicherheit Aber jetzt läuft es ja zum Glück Hey Das kann ich leider nicht aufheben oder sowas Lass uns einfach weitergehen Wir nehmen einfach den kürzesten Weg hier Zack 520 Was ist diesmal unser Ziel? Diesmal ist unser Ziel Die 750 wären super Weil dann können wir in der nächsten Folge die 1000 schaffen Und ich hoffe dann Hat das Spiel endlich ein Ende Denn ich will endlich wieder zurück zu meiner Familie Wow, ich hab mich nur gerade am Auge gekratzt Ihr seht es auch, oder? Oder hab ich mein Auge so doll gedrückt, dass es jetzt Nen Wald sieht Ergibt das Sinn, Alter? Vielleicht irgendwo in einer anderen Welt In der ich mich jetzt aufhält Das war nicht Dude Deutsch Das war Deutsch gelernt bei Yoda Oh Für ein paar Jahre habe ich gesagt, dass ich dieses Ort wirklich ausgesprochen habe Aber in der Zeit der Bäume und Flora Ich glaube, dass das eigentlich nur ein anderes Raum ist Ich habe immer noch einmal Dier gefunden Also könnte ich zumindest essen Die machen einige strange Schäden Der will ein Reh essen Oder was heißt Dier Dier heißt doch Ach du Scheiße Und wieso liegen hier eigentlich immer noch Notizen rum Wollte er nicht aufhören? Hat er nicht gesagt Das ist meine letzte Notiz Ich werde er nicht mehr schreiben Oh Gott Muss ich die jetzt essen? Ey, egal was jetzt passiert, ne? Nehmt es dich persönlich Junge, die wollten mich essen Ich weiß nicht, was die Arbathus sind Ich habe definitiv nicht Dier Ich habe versucht, zu schnauern Die andere Dier zu töten Aber es sah mich so schnell Wie habe ich mich von der Sache gesehen? Ich habe es geschafft, die meisten von ihnen zu kaufen Hoffentlich kann ich einen anderen Weg Aus hier Ich denke, du hast es nicht geschafft Oh Mann Das sieht ja richtig geil aus Wo sind die Rehe? Ah Es tut mir leid Du müsst hier kommen her Es sieht so unschuldig aus Aber du bist schuldig? Ja Was ist das denn, Mann? Weiter, 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 weiter Wir haben alle erledigt Was heißt das? Muss ich die jetzt auch töten? Muss ich alle töten? Ich überlebe das nicht, wenn ich alle töten muss Ich überlebe das nicht Das geht nicht, Mann Das geht nicht, ich sterbe Und dann muss ich alles normal machen Ich Weg, 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 weg Oh mein Gott Ich dachte vielleicht, während das ist oder sowas Dann ist es vielleicht abgelenkt Mama Verfolgt mich da wieder was? Nein, ne? Jetzt müssen wir Türen aufschlagen Cool, cool, cool Mir gefällt aber die Animation Das ist der Rehgott Die Musik ist gruselig Was habe ich Böses getan? Junge Weg, 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 weg Ah Wäre vielleicht was anderes passiert Hätte ich alle Reh getötet? Oder was wäre passiert Hätte ich gar keinen getötet? Ich höre es hinter mir Ich höre es hinter mir Lalalalalalalalalala 569 39 Ich bringe mich immer wieder zum Kichern Ich würde ihn gerne wieder in die Augen schauen Kann ich ihn töten vielleicht? Ich will es gar nicht versuchen Ich will es nicht versuchen Weg, 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 weg Gleich haben wir die 6 Aber die kann man kaputt Boah Stimmt, 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 stimmt I, mach das weg, I, mach das weg, ne? So, noch 14 Räume Noch 14 Räume Das ist alles cool Äh, da Da, 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 da Scheiße, Mann Ich bin jetzt hier Kann ich das aufschlagen? Mit der Axt? Warte mal Da ist der Ausweg, okay Hä? Ich denke, das ist Nein, okay Kann man das irgendwie sonst irgendwie befreien? Anscheinend nicht Gut Scheiß drauf Wer braucht schon ein Gehirn? Nur noch 14 Räume Da sind wir wahrscheinlich erlöst Vorerst Oh, welche Tür nehme ich? Ich nehme, glaube ich, die Tür Und da wären wir Raum Nummer 600 Keine Notiz Okay, cool, cool Weiter geht's Noch 150 Räume Da haben wir für heute erstmal alles geschafft Und dann kommt die letzte Folge, würde ich sagen Denn wenn es nach Raum 1000 immer noch weiter geht Dann hat das Spiel kein Ende Dann werde ich es auch nicht zu Ende spielen Ah Ihr streit Ihr bringt mich auch mal durcheinander Ihr sagt immer Hey, ab Raum 1000 geht's nicht mehr weiter Hast du es geschafft? Der andere sagt Ich bin bei Raum 1006 schon Und ich habe keinen Bock mehr Weil es immer weiter geht Ich bin gespannt Ich bin gespannt Okay, es sind nur komische Steine und sowas Ist das ein Geräusch für den Gegner? Verfolgt mich etwas? Das kommt mir bekannt vor, das Geräusch Was ist es? Ist es der Typ, den man immer angucken muss? Zeig dich! Oder ist es unsichtbar? Man weiß nicht, ob es unsichtbar ist oder nicht Das wirst du nur erfahren Wenn es dich getötet hat Dann lass es doch zu Yo, Taschenlampe Okay, cool, cool Huh Wäre cool, hätte man die aufhauen können Okay, wir sind jetzt in irgendeinem scheiß Labor gelandet, Mann Wollte ich nicht Doch, doch ist doch ganz gut Doch, wollte ich Okay Das war schon so Oh, was ist das? Ne, hier geht es nicht weiter Ne Ne Ne, mach auf Sieht schon besser aus Wir sind in einem scheiß Untergrundlabor Die Facilität ist ziemlich wunderschön Einige der Equipmenten sind nicht ziemlich richtig Sieht so, als ob es für Menschen ohne Hand war Also, ich bin nicht sicher, ob es nur faulty Elektronik war Aber die Kraft bleibt Irgendetwas Welches Monster wartet hier auf mich? Ich will es gar nicht wissen Doch, will ich 612 Ey, was ist das denn für ein Kack? Jetzt müssen wir noch mehr Türen öffnen Jetzt dauert es noch länger, bis wir hier vorbeikommen Das ist ein gruseliger Schacht Ich hasse gruselige Schächte Spooky just said that there were Things we need to salvage from this place I'm not starting to worry that I'll lose a specimen Maybe The power just shut off again Is everything broken here? Scheiße, man Das lässt sich alles nicht öffnen Die Power ist weg Ja Wir müssen weiter Lala Lala Ich weiß nicht, was zu tun Ich kann nicht denken Ich fühle mich anders Ich schaue von dem Ding Ich fühle mich, dass etwas auf meinem Haut Ich kann nicht, dass ich... Bitte was? Etwas wächst an seiner Haut? Es hat mich getötet Nein Ich bin wieder bei Raum 600 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 Da bin ich wieder So. Weg, 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 weg. Ich hab Schaden irgendwie bekommen, aber irgendwie nicht. Hätte ich's besiegen können? Hätte ich's töten können? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt nur froh, dass wir weg sind. Das hat mir ganz große Angst gemacht. Dieses Mistvieh. Gott. Weg, 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 weg hier, Mann. Das soll aufhören. Ich hör's die ganze Zeit wahrscheinlich. Das meinte er, dass ich irgendwie, dass es an mir wächst und ich jetzt eine Menge Blut verliere gleich. Aber ich verliere kein Blut. Da kommt nur diese komischen... Da, das da. Das ist widerlich. Ich muss es irgendwie loswerden. Aber wie? Ich spüre es auf meinem Rücken. Wie es sich bewegt. Aber ich muss sagen, das war schon echt gruselig mit diesem Ding auch noch in diesem Schacht. Das ist echt gut, Mann. Das war echt gut. Das war wirklich mega gut, Mann. Dicken Respekt. Und was ist das für ein dummes Hören? Soll ich das vielleicht aufladen und jetzt... Nein. Ich weiß nicht, was das zu sagen hat, aber es taucht zu oft auf und... Irgendetwas stimmt damit nicht. Okay, wir haben gleich Raum Nummer 700 erreicht und irgendwie kommen kaum mehr Gespenster oder sowas. Wahrscheinlich habe ich es erst gesagt und jetzt kommt's, hä? Nein. Hier. Haha. Und ich merke gerade, wir müssen eigentlich bei Raum 700 aufhören. Ne, was? Ja, ne... Komm schon, Holly. So viel Zeit muss sein, dass du wenigstens die Sätze ordentlich aussprichst. Die Wörter halt. Verstehst du? Ähm, weil bei 700... 750 können wir halt nicht speichern. Erst hier. Oder nur hier. Und deswegen würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Das wird tatsächlich... Das wurde gruselig, Alter. Und ich bin gespannt, was... Jetzt demnächst auf uns zukommt. Wir werden dann versuchen, bis Raum 1000 in der nächsten Folge zu kommen. Würde ich sagen. Ja. Und dann schauen wir mal, was uns jetzt hier gleich erwarten wird. In der nächsten Folge. Morgen. Bis dann, Freunde.